Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Wir haben jetzt ein bisschen die Ausrüstung geändert und ja, wir könnten nochmal gucken wegen einer Schulterplatte. Eine bessere. Das liebt mir keine. Hier mal gucken. Ne, das ist keine bessere Schulterplatte. Okay, komm mal hier rein. So, komm mal hier rein. Schwule hatten wir jetzt keinen großartigen Besserung. Wollen wir mal hier kurz. Zwei Händer brauchen wir nicht. Das ist ein Schild. Auch ein Zwei Händer. Wir wollten aber hier mal reingucken. Jetzt sind die Schulterplatte hier. Ich weiß gut, das gibt es nicht. Schuhe. Ne, okay. Alles klar. So, dann werden wir mal noch einen Angriff durchnehmen. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt. Starten, bitte. Ich könnte wohnen. Ah, shit. Zum Schick. She suffers because of you. Because of your stubbornness. Because of your ego. Surrender to my axe. This is a better fate than enslavement. Ein bisschen Wut brauchen wir. Na, hat schon wieder gebrochen. Fahr weg hier. So, wir suchen mal was aufs Neue. Das Schild wird schneller aufgeladen. Das ist gut. So, wir suchen mal was. So, wir suchen mal was. So, wir suchen mal was. Da kann sich das an. Schluss war weg, Schluss war weg, Schluss weg. Schluss weg. wieso kommt ein schild abbezogen ich ziehe jeden fall mehr ab alleine durch die davon von den vorgängern die scharte noch und sie extra behalten aber das kann man ja nicht einfach wegschmeißen haben wir nicht tun kann man nicht sagen dabei weiß man ja nicht ob man sie noch mal kriegt nicht 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 Ich habe das ganze Gehirn. Das ist ein Gehirn. Oh nein, dann springt sie genau noch dahin. Da haben wir die zweite Wälle, du hast es auch geschafft. Ne, da ist ein Schiss, hier, da ist ein Bad, da ist der, dann spring mal hier raus bitte. Bisschen wieder normales, ja jetzt ist er wieder normal. Oh, das ist geboren. Oha, das zieht mir das komplette Schild ab. Yes, guck mal weg. Okay, ich ziehe trotzdem da drin was ab. Okay, gotcha, so... Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Ich muss weg, ich muss Aufladen Wenn ich mich hier nach Leben abziehen soll, also was ich ein Schild hier doch heute machen Wieso rennst du nach da vorne? Ich werde mit Hmm, gut leer. Okay. Ah, mein Herr Deutsch, bitte danke. Okay. 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 Okay, let's go. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht passieren. Ich kann das nicht tun. Okay, die kleinen Dinger treffen mich. Ich kann das nicht tun. 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 Ich bin der Worte. Champion, war das wirklich dich? Es gab ein Ruhmers. Jeder denkt, dass du mitten bist. Das Ordere von Ashara. Wo sind sie denn? Das Ordere? Sie sind in der Paläis. Aber sie sind... jeder bürger hoch we've been waiting what I can tell wir können wir führen die oder stokse von ist equipment for all over the continent please take a look nur gut und schützt nicht braus mal das ist so dann gehen wir mal hier hoch ich brauche eine audience mit dem council wie ich gesagt habe, der council hat niemand gesehen sie haben mehr urgenten Themen zu beantworten Sie wollen zu hören, was ich sagen muss. Thunderblade, nicht du kennenzulernen deinen Champion? Champion? Es ist du. Ich habe keine Ahnung. Meine höchste Entschuldigung. Der Künstler wird niemals denigern. Das ist nicht alles, was du für uns getan hast. All right, genug guschen. Steig jetzt. Mein Name ist Zalahir, Champion. Militärer für den Künstler. Was bringt dich hier? Wissen Sie, dass du in der Krimson-Kirche bist? Nicht ganz. Meine Schwestern kam zu nahe, aber meine Güte bleibt. Was ist deine Familie? Wenn du sie wegst, warst du sie? Oh, sie sind gut. Sie sind perfekt sicher. Als wir sprechen, sie sind von Freunden. Ich bin sicher, dass sie uns bald wiederholfen werden. Als jetzt, muss ich mit dem Künstler sprechen. Es ist wichtig, dass wir die Ordnung von Azshara helfen. Das ist gut. Sie sind schon lange überrascht. Sie sind schon lange überrascht. Die Großartige Gäste sind nicht in Ordnung. Vielleicht kannst du sie ein bisschen zu sprechen. Insofern zu gehen. Okay, dann gehen wir mal durch. Das kennen wir alle schon. Ich habe das Gefühl, ihr habt das kennen wir schon. Alles klar. Direkt mal ein Fehler hier. Nur gut, dass die Folge hier vorbei ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.